Yo Leute, was geht und willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch die zwei heftigsten Paintjobs, die ihr ohne Morden kriegen könnt und die auf jeden Fall richtig geil sind. Was ihr einfach dazu braucht ist eine Crew und mehr braucht ihr ja auch gar nicht dafür. Und ja, beginnen wir mal mit dem ersten Paintjob. Der erste Paintjob ist so ein leuchtendes, also ein richtig heftig leuchtendes Gelb. Was ihr dazu braucht ist die Crewfarbe, die ich euch hier gerade einblende. Also ihr müsst einfach eure Crewfarbe genau diesen Code eingeben und wenn ihr dann diesen Hexcode bei eurer Crewfarbe eingibt, plus ihr müsst noch den Perleffekt Eisweiß benutzen, habt ihr genau die gleiche Farbe wie ihr hier gerade im Video seht. Für den zweiten Paintjob habe ich nicht wirklich einen Namen, aber der sieht auf jeden Fall richtig heftig aus und wie ihr schon im Hintergrund seht, es ist so ein rosa, ein gemordetes Rosa. Es sieht wirklich sehr gemordet aus. Das liegt daran, dass der Paintjob auch gemordet ist. Wie ihr jetzt aber an diesen Paintjob rankommt, ist ganz einfach. Ihr müsst einfach nur der Crew joinen, die ich euch unten in der Videobeschreibung verlinkt habe. Das ist nämlich eine Crew mit gemordeter Farbe. Das heißt, ihr habt genau die gleiche Farbe. Ihr müsst einfach nur noch den Perleffekt ultra blau drauf packen und dann seht euer Auto genau eins zu eins so aus wie meins. Ja Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich auf jeden Fall über einen Like freuen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, haut rein, ciao. Bis dahin, haut rein, haut rein, haut rein, haut rein.